Ein Jahr sitzt Deniz Yücel in der Türkei schon hinter Gittern. Zeit, mal wieder zu schreiben. Also. Du fehlst uns als ein großartiger Autor, der vor lauter Ernst dennoch nie den Humor verliert. Kurzum, du fehlst uns in Freiheit. Du hast nur deine Arbeit als Journalist gemacht. Doch Journalismus ist kein Verbrechen und Journalistinnen und Journalisten gehören deshalb nicht ins Gefängnis. Reporter ohne Grenzen steht in Solidarität an deiner Seite und wir vergessen dich nicht. Wir werden nicht aufhören, die Feinde der Pressefreiheit in der Türkei anzuprangern. Gegen das Vergessen werden wir weiter deinen Namen, lieber Deniz, und die Namen aller anderen Journalistinnen und Journalisten, die zu Unrecht in türkischen Gefängnissen sitzen, immer und immer wieder nennen. Solange es Menschen in der Türkei gibt, die das freie Wort unterdrücken wollen, werden wir nicht schweigen. Free Deniz, free them all, wir freuen uns auf die erste Zigarette in Freiheit mit dir. Dein Team von Reporter ohne Grenzen. Die Adresse ерт Lenker Dr. Verweilen Olaf mal Untertitelung des ZDF, 2020